Also auch nicht A-Lauf umhauen. Ah, Mann. Wenigstens ist nur noch die Hälfte der Gegner gekommen. Was, verbrenn den einfach mal. Kriegt ihr den irgendwann noch tot? Ja, Dankeschön. Alle anderen sind umgehauen worden, aber wenigstens ist er endlich tot. Das Problem ist jetzt nur, ich krieg den Angriffsdinger nicht weg, weil die anderen noch da oben rumlungern. Oder? Genau die. Ähm. Nee. Scheiße, hätte Redrick es sich alle umgehauen, da hätte das noch was werden können. Und ich sollte keine Kraftausdrücke benutzen. Das darf mich trotzdem irgendwie ein bisschen... Äh... Fürst Redrick wartet oben am Turm auf dich. So. Hey. Aufstellung. Ja, Redrick. Weiter. Leiche weiter. Weiter, weiter. Chance. A-Lauf, äh, Edda, renn. What? Okay, sie kommen alle. Ah, nicht Edda greifen. Du, äh, wirf mal da hoch im Feuerball. Ich weiß nicht, wer hier übernimmt. Ich weiß nicht, wer hier übernimmt. Okay, ich glaube, ich ziehe mich noch weiter zurück mit der Gruppe. Äh. Äh. Gut. Gut. Gut, wir verschanzen uns jetzt hier. I'm ready. Hey. I'm ready. Pallegina. Hey. So. Und ich glaube, da sind doch noch zwei Wächter mehr, als man hier sehen kann. So, das kennen wir alles. Und weg. Okay. Die wirken bezaubern. Turens wirkt mal Segnung. Und alle sind übernommen. Habe ich wirklich nichts, was gegenübernehmen schützt? Ich meine, ich bin schon Stufe 10. So heftig kann das ja nicht mehr sein. Ah, Mann. Das ist wirklich, wenn man auf schwierig spielt. Und da haben wir hier was. Segen der Champions. Einkerkung. Belebung der Gefallenen. Die Zeit hat alle Wunden. Abwehrschutz. Nein. Kryon für Kreuzfahrt. Gebet gegen Fassungslosigkeit. Das müsste das eigentlich sein. Erreicht, was er tut. Weil der Charakter kann sich im Fluss immer noch bewusstlos werden. Ah, ja. Nee. Hey. Es kommt wieder Redrick. Es muss dieses Gebiet der Fassungslosigkeit sein. So. Dorit spricht das gleich mal. Ähm. Du. Gleich mal. Nee, halt. Warte. Wir versuchen mal was anderes. Wir verdrehen den Spieß jetzt einfach mal um. Ja, das hat geklappt. Und am besten gleich nochmal. Das sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Ähm. Alov. Mach das nochmal. Du rennst. Du. Moment mal. Mach mal deinen Abschluss in den Siegel. So, okay. Vampir. Fürst Redrick ist jetzt das Hauptproblem. Äh. Fürst Redrick kriegt jetzt mal... Nee. Fürst Redrick kriegt jetzt mal den hier ab. Okay. Oh Mist. Alov ist verwirrt. Das ist jetzt nicht so gut. Äh. Das ist ein Vampir. Das ist auch ein Vampir. Lösen wir mal die Angriffsfindung. Ich hoffe, dass Torens es gut geht. So. Ähm. Wir müssen Leute vor den Toten zurückholen. Ganz schnell. Okay. Ähm. Jetzt brauchen wir ganz schnell kritische Wunden heilen. Alov. Alov. Äh. Verwirrt die beiden mal. Vorsicht nochmal. Das hat nicht geklappt. Das war Duretz. Okay. Aber hey. Das klappt. Wir müssen bloß gucken, dass wir schnell welche von Redricks Leuten übernehmen. Kurzzeitig. Die anderen wegprügeln. Redrick ignorieren. Weil Redrick ist nicht das Hauptproblem. Obwohl doch. Redrick macht böse viel Schaden. Aber. Seine Anländer, die übernehmen. Ständig. Meine Leutchen. Mhm. Hey. Und das klappt dann einfach nicht richtig. So. Weiter. Äh. 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 Kennen werde schon. So. Du. Du nimmst mal so einen Trank. Oh. Und äh. Duretz. Du machst den hier mal. Okay. Alov. Das ging voll in die Hose. Äh. Nein, 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 nein. Alov, komm schnell wieder zum Verstand. So. Dankeschön. Und dann ist die hier mal vom Leib. Äh. Duretz. Ist immer noch verwirrt. Mist. Mist. Duretz ist nicht mehr verwirrt. Gut. Schnell, Duretz. Und gleich nochmal eine hinterher. Alov. Mehr Luft. Ah, nein, nein. So. Alov ist wieder, äh, Duretz ist wieder verwirrt. Äh. Ich hau mir mal flinke Füße rein. Äh. Blablabla. Nochmal Verwirrung. Duretz ist immer noch verwirrt. Okay, Duretz ist hinüber, genauso wie Alov. Äther. Äh. Wirf mal so einen ein. Palygina auch. Du machst das mal auf den. Du machst mal Gaud's Segen an. Äh. Äh. Sagani. Ist wieder verwirrt. Nein, jetzt nicht mehr. Tötet den. Dann bleibt nur noch Redrick. Und Redrick werdet ihr beide ja schaffen. Trink mal so einen. Du trinkst so einen Elementschutz-Trunk. So. Und halt es mal bei dem Tante auflegen. So, jetzt machen wir noch, schwächen wir noch Fredrick. Trink auch mal so einen Trank. Und hoffen wir, dass wir ihn jetzt tot kriegen. Ja, es sieht gut aus. Was ist auf sie gewirkt? Gnadenloses Sterben. Achso. Könnte ich mal das hier auch viel versuchen. Aber ich glaube nicht, dass das viel bringt. Nein. Stirb endlich. Redrick. Hat dann noch mal. Okay. Quest abgeschlossen. Behrer Zelt. Oh. Oh, jetzt habe ich gerade was weggeklickt. Großes Abenteuer abgeschlossen. Kader steckt. Kehrt mir auf ein Zeug zurück. Ah. Athletik.